Ja, die Steaming Satellites. Ich kriege einen Schweißausbruch, woher ich das herkomme. Das war insofern interessant, als dass die mit dem Stück gar nichts anfangen konnten. Und mit gar nichts meine ich überhaupt gar nichts. Weil das Stück halt schon ein bisschen ausgelutscht ist. Oje. Ich sehe es eher als Inspiration für was Neues. Ich versuche gegebenenfalls zu schlichten, ehe jetzt irgendwelche Köpfe demoliert werden. Ich denke, wir kommen irgendwo hin. Ich hätte es ganz anders gemacht, aber das gibt mich überhaupt nichts an. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Vielen Dank.